Letzter Tag für diesen Weekly Vlog und ich war gerade bei der Post und habe mein letztes Paket für die Woche abgeholt. Ja. Wir gehen jetzt nach Frankfurt shoppen. Wir, also damit meine ich hier den Herrn, der da steht, der so tut, als würde er nicht dazugehören. Ich packe jetzt dieses Paket noch kurz aus, weil ich diesen Karton nicht mitschleppen möchte nach Frankfurt. Schaut, was ich gekriegt habe. Eine Fellweste von Kleiderkreide und sie ist so schön. Sie ist so kalt. So cute. Los geht's. Wie schön der Tag heute ist. Perfekt zum Shoppen. Let's grab some food. Ich liebe Muffins. Jetzt kannst du es gehen. Ich liebe Muffins. Besonders Blaubeermuffins. Ich hoffe, er ist gut. Ich bin nochmal food. Ja. Auch ein bisschen. Ich liebe Muffins. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist, was ich von dir immer sehe. Mehr sehe ich nicht. Da müsste ich mich ja voll hochstrecken, um dich zu sehen. Das ist, was ich sehen wollte. Danke. Danke. Das ist ein Gebäude, dann hat es noch ein bisschen schön. Das ist speziell, wie ich kann... Danke. Hallo. Kleine Prinzessin. Wo gibt's? Zur TK Maxx. Zur TK Maxx. Spass. 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 Oh, ey. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Und die Kartei. Lass mich. Und die Kartei. Nett. Einspielen. Und eine Pose. Also Olga, halb Cent dabei, dabei Ich finde es echt unerschön Wenn die jetzt 50 Euro kosten würde Das ist richtig kalt Wenn das nicht extra ist, dann weiß ich auch nicht. Ich wollte gerade sagen, das ist voll voll. Voll voll. Die gefällt mir auch sehr gut. Aufgekabelt. Und da kommt die Tommie von dem Vollzug durch den Freimarkt. Die Frau von heute trägt eine rosafarbene Ledertasche zu ihrem Hut. Ein Traum in Pasteltöten. Wisst ihr, was mir Angst macht? Diese Booty, die hält mir in meinem Gesicht. Das ist nicht schön. Ich kann es kaum erwarten. Dreh dich, dreh dich! Ahm, hallo! Ich habe gekocht. Nein, hast du nicht. Ich hätte gerne gekocht. Stäbchen oder Gabel? Stäbchen. Wow! Das ist Baked Chicken mit Süßsauersauce. Das sieht einfach so lecker aus. Da hat er genau das gleiche. Was? Die haben mir das gleiche drauf getan? Guten! So, wie war das? Wenn man die nicht schön in der Mitte teilen kann, dann gibt es Pech. Tada! Ciao!